Wir machen das mit dem Zeug fertig und dann starten wir wahrscheinlich die Mission von unserer Parfüm-Lady ein bisschen. Und wir werden aber dann wahrscheinlich nach Genshin nochmal was anderes spielen. Du musst dich nicht hetzen. Ich hetze mich doch nicht. Was ist da los? Steht die Armee? Alter, das ist eine Beleidigung, dass ich normal bin. So wie ich in irgendeiner Weise normal wäre. Warte mal, ist das jetzt in die Richtung gewesen? Ja, da hinten. Am Strand. Da unten? Vielleicht das Zeitding. Eigentlich fertig mit dem Event. Ging länger als gedacht. Ja, das hat schon ein bisschen... Aber ich meine, es ist schon gut, dass das Sommer-Event, wenn sie noch extra Insel machen. Wollte ich nicht beleidigen. Das war bloß ein Scheiß, Alter. Entlang der Strömung können... Achso, wir müssen wieder rumfliegen. Nein, wir müssen abschießen. Wow! Ähm... Cool. Ich wünsch mir nur, es wäre eine andere Perspektive. Okay. Kann ich ja nicht mit einem Flug wechseln? Ne. Kann ich ja nicht mit einem Flug wechseln? Ne. Genau. Das ist irgendwie cool, auch wenn es sich irgendwie falsch anfühlt. Peter raiden. Peter Pan raiden. Treffe ich den überhaupt? Ja. Da war jetzt irgendwie kein Feedback. Lieber mit Macke und Witzigeres langweilig. Genau. Es fühlt sich falsch an, mit ihr so rumzufliegen. Peter Pan raiden in Aktion. Peter Pan raiden. Besiege ich den eigentlich, oder? Ich hab keine Ahnung. Okay, Gold Äh, Herausforderung werden Wir müssen mehr Peter Pan und Raiden spielen Ich hoffe, ich kann mir voll Warte mal Mach mal Peter Alicino Nee, Peter Pan Alicino hört sich da besser an Peter Alicino hört sich scheiße an Oh, da hinten ist die Ding Ich kann mich mit der Perspektive bei solchen Spielen Immer nicht anfreunden Also auch in anderen, größeren Spielen Panzer, Jugo und Order Oder was ist damals So dieses Ich brauch's von vorne einfach Einfach wie ein Ego-Shooter oder sowas Damit du auch gescheit zielen kannst So dieses Denk dir mal, wie du fliegst Das ist immer Ich mein, klar, das zeigt dir an, wo man fliegt Weil dann hast du halt auch nicht die Möglichkeit Gescheit zu fliegen Triffst du jetzt mal Nein, okay Hä, warum hat er das Dumme Sau Hm? Da, weil er soll Teilweise kommst du auch nicht rüber Ich maul zu viel schon wieder Schieß doch Schieß doch auf das blöde Drecksding, Alter Warum schießt du da nicht drauf? Voll komisch Es wär cooler, wenn du Die Figur selber steuern könntest Und mit der Maus das Fadenkreuz Wobei es auch sein kann, dass es vielleicht scheiße ist Wenn man mit dem Handy spielt Was ist da oben? Also egal Warum gehst du jetzt ganz raus? Was soll denn das werden? Meisterhafte Reprodu... Reproduktion? Okay Ich habe 12.600 Primors Hoffentlich bekomme ich Mulani Schaut schon irgendwie cool aus eigentlich Aber irgendwie... Keine Ahnung So richtig kicken sind mich auf jeden Fall Die ersten Charaktere Willkommen 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 Im Walde der Segnungen Bist du hier im Aufflug zu machen Oder bist du hier Um einen Hüpfwettkampf Um einen Regensankteich Regensankteich Voll das bescheuerte Wort eigentlich Wie auch immer Ich wünsche dir viel Spaß beim Besuch Jetzt müssen wir uns über den plötzlichen Besuch eines Drachens keine Sorgen mehr machen Richtig Zeit Warum war das jetzt nicht das Ende? Was hat denn jetzt das zu? Meine Güte Ich habe fast vergessen Im Meisterwerk und diese Frau Im Regal vorzustellen Was habe ich mit dem Regal jetzt? Ich clonch das mit... Oh, dann großzügig Mein Papiermodell Okay Junge Du warst doch vorhin eigentlich fertig mit dem Erklären Was ich mache so In der Aktion Sommerdrache Mächeln Dann kannst du Sternwanderungsmützen Die du Minispiele von Mosaik Der Momente gewonnen hast Verwenden Zahlreiche Repliken Der Meister auf der Reproduktion herzustellen Äh Okay Alter, ich habe 140 Wow Gacha im Gacha-Game, Alter Äh Okay Die kann ich jetzt dann da reinstellen Hä Noch ein Frisch? Habe ich zwei Frische bekommen? Scheinbar habe ich zwei Frische Machen wir mal Das war ich hier Okay Das ist jetzt aber nicht irgendwie was Besonderes 15 mal, 30, 8 Repliken auf ein gutes Regal Okay Warte, was ist das da? Verdammt Äh, aber ich brauche auch so einen Scheiß drauf Ich benutze die Dinger eh nie Nein, ich will nicht mit dem Resen Verzieh dich Auf Wiedersehen Blöder Papierfrasch Muss ich das anschauen? Nein, ich will springen das Okay Ich kriege immer mehr Frischchen Quark Quatter Quark Es ist immer nur eins dabei Was soll denn das? Gib mir mal mehr Sind wir hier in den Gacha-Game? Jetzt haben wir die 15 Noch dreimal ziehen Dann könnten wir alles nehmen Uuuuh Ey, der hat mich gehört Man muss es nur anmaulen Dann geht es Uuuuh, der Eichhörnchen-König Verpiss dich da, du Lama Und was ist der da? Ah, ein spezieller Frosch Ne, da hocken wir den da hin Da kommt dann der spezielle Königchen Das Lama Da kommt Keine Ahnung Apfelsinenballos-Mann So ein Vogel Nehmen wir den Blümchen Warum soll ich da so was eigentlich hin tun? Ist das auch eine Blume? Mach mal einen grünen Frosch hin Sprechen Yay Wunderzön 30 Mal Momentan habe ich 20 Aber ich habe nicht genug dafür Wo kriege ich denn die Scheiße her? Repliken tauschen Brachenet Hä? Oh nein Das muss ich in jedem Gebiet machen Schweinerei So voll ätzend Hab ich das gewusstet Warum kriegt die Kacke eigentlich her? Also da oben haben wir fast alle Da fehlt mir bloß das Die Blüm hier Blüm hier Ja Was ist denn das da? Statt aus wie ein Panzer Kirara-Panzer Ne, ich muss ja trotzdem 15 Mal ziehen Ne, ich brauche ja keine Repliken Ich muss die da ja ziehen Das ist das Problem Meister für Revolution Ganz so Sternwanderung Jetzt müssen wir in den Minispielen Von Mosaik der Momente gewonnen hast Verwenden Was ist denn Mosaik der Momente Schon wieder gewesen, Alter? Mosaik der Momente Oh, das sind ja mehr so Dinge Ah Okay Das habe ich gar nicht gesehen Zelt glaube ich auch so Nee, aber es würde ja keinen Sinn machen Wenn ich ziehen soll Und dann welche Geschenke bekomme Also Man kann schon sein, dass es funktioniert Aber Ich muss bloß die anderen Dinger machen Dann kann ich sie sowieso machen So, und was ist so süß davor? Zauberboy Holzklotzmann Was für eine Ehre Du bist bestimmt in Soros Bla, bla, bla Stimmt, wir sind Da sind wir schon so berühmt Verbreiten sich in der Konstellationsmetropole Schnell Muss, dass du genau in die richtige Zeit kommst Fliegender Hut Okay Äh Interessiert mich jetzt schon nicht mehr Machen wir hin, Alter Äh, ausprobieren Gut, hier entlang, bitte Hä Drei Spielmodi Trick des fliegenden Hutmachers Sie werden unterschiedliche Währungen Haben wir genug Gründe von der Währung Blaue Markierungen zeigen die Ziele Die wir erfolgreich erzogen werden können Benutze einen wundervollen fliegenden Hut Um so viele Punkte wie möglich zusammen Warte mal Hä Ja komm, lass mal, lass mal rüberwachsen Da ich spiele Okay, die geben 60, 30 und Wir probieren es einfach mal Äh, vielleicht schon mal kann der fliegende Hut Höchstens eine Bauklotze für auf einmal anziehen Äh, anziehst Ja, okay Okay Kann ich damit rumfliegen? Äh, also Äh, also Das schaut aus wie wenn der Hut ein Alien wäre Oder so Möchtest du mir dann jetzt die Die Leute entführen Für Experimente Äh Oh, ich bin ein fliegendes Hut-Alien Äh Hä Hä Wieso kommen immer dieselben? Komm her Komm her Du Komm her Komm her Ihr bösen Bauklotzchen Ich werde euch anführen Und dann an euch Experimente machen Dann werde ich euch alle zusammennähen Und dann mache ich ein Keine Ahnung Bauklotz-Transformer Äh, ich habe keine Ahnung Ich labbe nur Scheiße, Alter Boop 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 Alter, wieviel vor den Dingern Wieviel Punkte muss ich eigentlich machen? Nein Ich will mehr Leute entführen Schnell, 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 schnell Ah Ah Nein Den letzten habe ich nicht gesehen Belohnung Zweiter Oh, Alter Ich hätte nur 2.000 Punkte machen sollen Ich habe 5 Klaus gekauft Okay Okay Die geben alle 5 Warte mal, die geben alle gleich viel? Ne, da 30, 60 50, 50, 50 Und beim letzten? Ein fliegenden Hut jedes Mal Bis zu 4 Bauklotzfiguren auf einmal anziehen Aha, man kriegt zusätzliche Punkte, wenn man Ah So habt ihr welche geschickt Ah, okay, cool, danke Also ich habe nur 15 Versuche Weil, Scheiße, ich habe nicht geschaut Muss ich die jetzt markieren? Ah Nein Nein Wum Du blöder Hund Jetzt Geh mal da zusammen Rein, naja Ins Eldenlabor Ob zusammen da Nur Kameraden werden zusammen entführt Na Geh doch jetzt da nicht weg Na, warte, dann gehe ich da rüber Dann entführe ich halt die Ah Erwischt 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 Zack Oh Oh Naja Ne, 2-4 Ne, 2-4 das mal Was hatte ich? 2-8, okay Okay Ja, das ist Level 4 Runden Zu Beginn der Runde wird kurz die Kleidung der Bauglosfiguren gezeigt, bevor sie und die anderen Objekte von der Geschenkbox verdeckt werden Ah Warte mal, ist das nicht Memory? Okay Okay Ah, scheiße In sowas bin ich echt kacke Ja, okay, das ist jetzt nicht schwer Wupp Das musst du eigentlich nur merken Hä? Oh Das, das war dumm Scheiße Ich hab mir das Rechte nicht angeschaut, weil ich mir gedacht hab, das ist, das ist ein Muster immer Ich glaub es waren zwei Bomben, ne Die Musik hilft nicht dazu, dass das spannend wird Ja, zähl halt mal hin jetzt Achso, ich hab... Achso, ja stimmt, das sind ja vier Runden, ne Ups Alter Lalalala Oh mein Gott, das ist so schwer Ich weiß nicht, ob ich dafür da gewachsen bin Was ist denn das Ding eigentlich? Achso, das sind die blöden Münzen Äh... Okay Ja Fertig Was ist denn da? Hä? Achso... Boah Okay Cool Hä, was bekomm ich da? Achso, die Kirara selber? Das hab ich noch gar nicht gesehen gehabt, Alter Ups Musa isch der Momente Komm her Prüfung der Konstellationsmetropole Mir fehlt immer noch der Bart Pringus Navia war die beste Navia Hahaha Flieg hin Geschwind So, erzähl Bauklotzboy, was geht ab bevor du in den Ofen wanderst Winter wird's kalt, wir brauchen was warmes Komm her, Konstellationsmetropole Er ist mit meiner Freundin beimauern Die mich über deinen Namen und Taten informiert Und mir bestätigt, dass ihr durchaus heldenhaft seid Und für die Ausbildung der Wächter zuständig werde Hätte ich gerne ein freundschlaffiges Duell mit euch ausgetragen Selbst auch ein Wächter Blablabla Aufbestehe, den Wächter auszubilden Höre dann dafür also zum Übungsplatz Okay, blablabla Formationsbildung Idee Erfolg Möchte So fähig Okay, ich würd's gerne ausprobieren Okay Ein paar Leute verschwinden zu lassen, ja Millispieleprüfung der Konstellationsmetropole Wo so zwei Truppen zusammen Oh Äh, Kampf und Mut zusammen Wenn die Mut der Obergrenze erreicht hat Was jetzt in den Zustand Zeit des Mutes versetzt Äh, okay Schlacht alles ab und krieg die Punkte Hab ich verstanden Für mehr ist es mir zu hoch Äh, das sind natürlich wieder vier Kämpfe Alter, was zur hell haben die alles wieder auf Wo kriegen die diese ganzen Dinger zum Boah, Alter 4, 10 Schaut's mir mit den Belohnungen aus 5000 5000 5000 5000 Okay, immer 5000 Was ich wahrscheinlich nicht schaffe Also reicht mir 2000 Fuck it Äh, okay Also normale Leute würden jetzt hier Truppen erstellen, die zu den Charakteren passen Und gegen die wir kämpfen Ich mach einfach das, was wir immer machen Das da Das da Das da Das da Und Das da Da unten mach mal Das da Äh, da Naja, ich kann das die Koko mir nicht nehmen, ne Hm 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 Alter, ich hab die Barbara halt immer noch nicht aufgelevelt, ne Das muss ich halt echt mal machen Äh, während der Zunge muss ich nun entdeckte Elementfähigkeit Fokus auf den Schaden Erdrücken die um 20, 50 erhöht Okay Äh, 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 wen hatte ich noch immer dabei? Ah ja, alle Und go Wahrscheinlich geht's voll auf die Fresse, weil es Experte ist Aber okay Wir probieren's mal aus Jaja, bla bla bla, irgendwas mit Mut und hau drauf Ja Positions Hey Ja 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 Okay, es war nicht so schlau einfach. Echt, Alter, ne? Ah, scheiße, das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, ne? Oh! Stimmt! Die Dinger zerstören die Eiszahle ja auch relativ gut. Nein, er stirbt nicht! Mach dir selbst ein Hull! Roll, roll, roll! Hey! Ich habe 2000 Punkte, der Rest ist mir egal. Ach so, ja. Warte mal, ich habe zwei Phasen. Dann habe ich es doch jetzt schon erreicht, kann ich nicht einfach aufhören? Ich bin zufrieden, mehr brauche ich nicht. Okay, die Schilder sind halt schon echt scheiße, Mann. Also, ich bin der Schilder. Ja, was ist alles gut? Transfixed, shine down. Silence. Everlasting as the moon. Settle down. Ah, nein. Nein, ich hab doch fast die 5000. Nein. Nein, warum bist du jetzt auf den... Nein. Oh, ich hab's geschafft. Oh. Diese scheiß Bastarde. Alter, diese Arschloch-Schildfurzis. Vor allem, ich hab dann, wenn du ja gedrückt hättest mit der Alicino, dann schwingt sie sich ja in die Richtung vom nächsten Gegner. Ja, jetzt hat sie sich halt in die andere Richtung bewegt, die dumme Sau. Das war ja arschig. Ach, dass ich die nicht speichern kann, Mann. Das kotzt mich bis heute noch an, dass das nicht normal ist, dass man die speichert. Äh, zack, 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 zack. Äh, zack, zack. Ich hab keine Ahnung, wer da wiederkommt. Wir hauen einfach nur drauf. Solange keine Schilde sind, ist alles in Ordnung. Glaube ich. Jetzt. Ich hab einen kleinen Einbruch. Oh ja, ja. Und ich hab ein paar Schritte. Ja, ja, ja. Schleifst du meinst. Das ist nur für dich. Ah, ja. Das geht nicht um die Schilde, Sie müssen. Ja, ja. Unartig. Ja, ja. Ja, ja. Das ist für dich. Rauschen, Rauschen. Rauschen, Rauschen. Na, ja. wenn es nur solche so voll langweilig Wo ist er hin? Achso, der ist gestorben. Ah, scht! Okay, ich glaub das mal schaffen wir die 5000, ne? Guck mal, wir haben Klaus Transfix Bow your head Witness my rise... Late bearer Let the mighty be humble Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, ja ich habe die 5000 geschafft. Die Alicino haut halt einfach zu hart rein, wenn sie ne grad Schilder haben, die Arschlöcher. Und war ein cooler letzter Move, ey. Was ist denn das? Achso, diese Mechs? Wobei, ihn brauche ich eigentlich nicht mehr. Wobei die Barbara dann fast schon wieder zu schwach ist. Oder machen wir... Ne, warte mal. Wir machen es anders da. Hier zwei Elektro-Ladies, dann machen wir unsere Heilerin und die Arle. Oh, scheiße. Ja, ja, ja. Grow, grow, growl. Mmh, mit all my strength. This dance is for you. Busted, these are about to get dy... Let's play, growl. Grow, growl, growl. Yeah, growl. Let's play, growl. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, okay. Ja, behalte ich. Oh, wenigstens den habe ich noch geschafft. Elden Ring weiß ich noch nicht. Everlasting as the moon. Overruled. Come on out. Right here. Right next. Illusion shattered. Torn to oblivion. Blade Bear. This is where you fall. Overruled. Overruled. Everlasting as the moon. Show them. Emerge. A sight to behold. Right here. Emerge. kleinen die geben einfach zu wenig ja schade einmal haben wir die 5000 geschafft da packen es die lustigen gesellen aus was wäre nur geil wenn wir speichern könnten sie ist dann ich glaube sie bringt gar nicht so viel nehme ich nicht die mona und 8 mit 4 chance du brauchst doch 8 oder was soll ist das für ein fetter kerl in der mitte ok der ist jetzt auch nichts wert also oh hier ich habe jetzt schon die 4.000 fast alter oder kann blocken äh gamescom gamescom gehe ich nicht mehr da war ich genau einmal und fand ich nicht geil nein ich wollte den dick noch killen ich habe nur 6000 punkte war so schlimm ich fand es halt einfach nicht nicht so cool ich meine auf die gamescom gehst du eigentlich wegen den spielen und da kommst du eigentlich nicht hin ich habe die 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 Darf ich es überschreiben? Klar kannst du schreiben, Klaus. Was für's? 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 Ah ne Alter Dankeschön Ähm Okay Replicieren Replicieren Überspringen Jetzt kriegen wir ein Schatz Juhu es ist ein Keine Ahnung Ein Stück Holz Juhu ein Kran Ich hab mir schon immer ein Holzkran gewünscht Um ihn aufzustellen Regal was ich nicht brauch 195 75 brauche ich noch Um das dann Schon geil in dem Gacha Wieder mehr Gacha Das ist die Drachenschuppe glaube ich Nicht war dein Tag Meiner war anstrengend Jetzt wollte ich fast sagen gut Aber eigentlich war er nur anstrengend So Oh Mann da könnte man ja eigentlich trotzdem Kann ich mich da hinbauten Ich kann es nur verfolgen aber nicht hinbauten Mal 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 verbleibende replizieren möglichkeiten also man bekommt auf jeden fall alle oder was hier noch oder muss ich hochlaufen so anstrengend hey frosch boy ok reicht noch nicht ganz also 20 ist euer scheiß ernst hä wo fehlen mir noch 5 irgendeine aktion muss ich noch machen 92 zügen ja irgendwas habe ich vergessen mosaik der momente da das habe ich doch gemacht ah weil ich die 5000 nicht geknackt habe stimmt ja das fehlt mir hier die fünf stück fehlen mir fuck it alter als ob mich das interessiert und die ganzen primus die kriege ich auch und die kirada kriege ich nochmal auch wenn ich sie nicht benutzt immer noch kuchen alle habe ich sie noch nie gelevelt doch 40 damit ich ihr zeug kassieren kann da gestiefelte kirada wechseln und stern in bild ich habe erst eine ich dachte da wäre ich schon mit mehr pat pat danke so jetzt habe ich einen haufen von diesen regalen bekommen ok jetzt sind wir für mich hier eigentlich fertig Boah, ich habe das in ganzen Patchen nicht einmal aufgemacht, Alter. Auch nicht schlecht. Das glaube ich auch das erste Mal. Yeah, zwei, yeah, vier, yeah, fünf. Oh Mann, so weit war ich noch nie. Ich freue mich. Scheiße. Ich glaube, das habe ich noch nie geschafft. Das interessiert uns nicht. Das geht uns auch im Arsch. Warum sollte ich die jetzt sammeln? Sagen wir ehrlich. Für Nattlern gibt es wieder neue. Ich bin da bei 39. Was? Warum? Ich werde von dir nicht erwartet, dass du jedes Mal voll magst. Das enttäuscht mich jetzt. Du lässt nach. Ich schmarre keine Ahnung. Für dir war die Perfektion in Genshin, wenn du schon alles immer auf 100% magst innerhalb für zwei Stunden oder so. Gefühlt. Nein, Geschmarrer. Ähm. Wie spielen wir jetzt eigentlich schon? Hey, passt doch. Knapp eine Stunde. Dann machen wir mal kurz einen Break. Bist du wohlfühlt. Ich bin. Vielen Dank.